Allahu akbar, Allahu akbar Und macht bitte weiter so Und wenn ihr die Dauer unterstützen wollt, dann teilt doch diese Videos auch Damit es auch viele andere Geschwister sehen können Das heißt, wir legen es direkt los Wir starten mit dem Video Ich zähle wieder mal auf drei Eins, zwei, drei Let's go Wir sind nicht, wir würden es mir geben und wir würden es in fronten mir Wir sind, unsere Frauen, unsere Mothers, unsere Dauer, sie sind mehr wert zu uns Sie sind mehr wert zu uns, sie sind mehr wert zu uns Than unsere Diamonds, unsere Gold und unsere Pennails Es gibt niemanden auf der Erde mehr schönes als eine Muslime Woman Es gibt niemanden, die kommt zu ihnen Die ist ein Servant von Allah Die dressen, die zu pleaseen Allah This woman, when she look in the mirror, she make sure she's dressed appropriately Make sure that Allah is pleased with her Make sure she's covered So when she go out in the street, that she covered to please Allah If she does that, she's beautiful The more you grow, the more you study The more Iman you have The more you become disattracted to some of the things of the dunya You don't like what you used to do I have Quran in my heart I have the love of the prophet I have the love of Allah I have something in me And I'm now different I feel different I warn you Those of you who still like the dunya And you don't make a distinction Then Iman has not written in your heart Be careful Be careful Be careful Ihr habt gesehen, die Frau im Islam ist sehr, 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 sehr wertvoll Und wir müssen unsere Frauen immer mit Ehre und Respekt behandeln Ein Vorhang ist dazu da, um die Schönheit zu bedecken Und wenn sich jetzt eine Muslimin bedecken will, dann soll sie doch das auch tun können Ich meine, heutzutage gibt es ja auch schon Geschlechtsumwandeln Das heißt, es ist okay heute, dass man sein Geschlechtsumwandelt Aber ein Muslimer darf sich nicht aus freiem Willen bedecken? Sorry? Macht das überhaupt Sinn? Meine Lieben Geschwister Geht jetzt runter in die Kommentare Ich will eure Meinung zu diesem Video hören Wenn ihr noch ein Video habt, zu dem ich reagieren soll Dann postet ihn doch bitte in die Kommentare Und ich werde es mir inshallah anschauen Vergesst nicht, ein Abo dazulassen Damit ihr kein Video mehr verpasst Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei allen bedanken Für die wunderschönen Kommentare, die ich bekommen habe Meine Lieben Geschwister, das war's mit diesem Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh